Ja, jetzt können wir noch irgendwas machen. Okay, wir können ihn erstmal angucken. Er sieht ein bisschen gebrochen aus. Und ein paar kahlrasierte Stellen hat er auch. Akte durchblättern. Okay, wir haben jetzt einen bestimmten Part freigeschaltet. Er setzt sich ganz ruhig hin. Analysieren. Okay, wie sieht das da aus? Prozessor, LED, Hinweis auf Software, Instabilität, Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig. Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig. Niedlich. Ähm. Haben wir noch irgendwas? Blutflecken. Trocknetes Blut. DNA-Analyse. Kaldas Artiz. Jetzt 19 Tage her. Das sieht auch ganz schön beschädigt aus. Brandflecken. Oh. Auf dem Arm wurden immer die Zigaretten ausgedrückt. Wiederholte Markierungen über 16 Monate. Verursacht durch Zigaretten. Jetzt sieht der cool aus im Inneren. Schlagspuren. Nicht kritischer Schaden. Nicht kritischer Stufe 2 Schaden verursacht durch Baseballschläger. Normalerweise werden dir da die Knochen gebrochen, ne? So, was hat er sonst noch? Modell HK400 Haushalter. Erstellungsdatum 2030. Erstellungsdatum 2030. Eigentümer. Zu niedrig. Okay. Heucht. Ne, Wunden. Du bist beschädigt. Ach, scheiße. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Mehr Stress. Bedrohung. Seit deiner Verhaftung hast du kein Wort gesagt. Wenn du nicht kooperierst, werden sie Gewalt anwenden. Ist es das, was du willst? Mehr Stress, jawohl. Speicher prüfen. Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Er hat reagiert. Was? Was werden sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Gewalt. Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Anders können sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Warum hast du mich verraten? Weil ich eine Snitch bin. Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Möchte auch nicht, dass alle anderen hier sterben. Ich? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Wieso kannst du nicht? Ich wähle eine Herangehensweise. Verzeugen. Speicher prüfen war, glaube ich, ein bisschen zu krass. Unter Druck setzen könnte auch zu krass sein. Warum ist der Kreislauf in der Verwaltung? Ich habe mir keine Wahl. Jawohl. Speicher prüfen. Wie viele Knöpfe muss man denn hier drücken? Komm her, du Stück Scheiße. Hier werde ich helfen, mich anzustachen. Oh, fuck. Er wird sich selbst zerstören. Scheiße. Hm. Das war, äh, nicht so geil. Was zur Hölle macht der Mann? Der zerstört sich selbst. Stopp das, verdammt! Anna? Ich, ich kann nicht. Ich kann es nicht stoppen. Das reicht jetzt. Du musst sofort damit aufhören. Beschissen. Ach, du Scheiße. Okay, wir müssen das auch nochmal machen. Okay, dann war der Speicher wohl das Falsche. Fuck. Okay. Ich hätte eigentlich eine andere Herangehensweise gewollt, aber... Okay, das war... Äh, das war antiklimatisch. Da hat er jetzt so ein bisschen die Stimmung zerbrochen. Äh... Greife auf die Story-Grafik zu. Ich baue hier echt eine Scheiße zusammen, ey. Ich mach irgendwo anders in den Kontrollpunkt. Ne, das ist nur der. Platz soll zu speichern, das ist so richtig. Gott, Alter. Warum passiert das eigentlich bei mir? Ey, ich möchte das alle überleben und Connor stirbt direkt. Habe ich super gemacht. Warum muss der sterben? Warum kann ich den Scheiß eigentlich nicht überspringen? Vor dem Messer. Na, wenigstens könnt ihr das überspringen. Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gottverdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Also ich glaube, Speicher überprüfen war nicht so the way to go, ne? Der hat 50% plus gemacht. Lass mich gehen. Lass mich gehen, lass mich gehen, lass mich gehen. Na los, er gehört ganz dir. So, servus. Wie geht's denn so? Fotos, aha. Ja, ganz toll. Spezielle Wege freigeschaltet. Wunderbar. Setzen wir uns mal hin. Äh. Ja, komm, analysieren können wir auch nochmal schnell. Pferd geht ja jetzt mittlerweile schnell. Na, komm. Der Scan ist abgeschlossen. Der Scan abgeschlossen. Und der. Und die beiden Arme. Hier, komm. Jetzt. Erhören. Optimale Stresslevel. Furcht. Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wie Angst. Bei Menschen. Fotos zeigen. Erkennst du ihn wieder? Das ist Carlos Ortiz. Erstochen. Mit 28 Stichen. Das schrieb jemand an die Wand mit seinem Blut. Mhm. Sie sagen, du bist ein Mörder. Du weißt, dass du menschliches Leben unter keinen Umständen gefährden darfst. Hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Aha, ja. 7% noch. Dann ist er optimal. Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein. Nein, bitte tu das nicht. Okay, da hätte man, glaube ich, schon... Wenn er da schon Nein sagt, dann hätte man das vielleicht nicht machen sollen. Aber das war halt hervorgeroben. Sie zerstören mich, oder? Ja. Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Mehr Stress. Anders können sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Hey da. Willkommen doch mal. Du kannst. Ich kann nicht. Doch, das kannst du. Glaub mir. Fehler, eine Herangehensweise. Unterdrucksetzung. 28 Step-Bulls. Du wolltest wohl ganz sicher gehen, was? Hast du Wut verspürt? Hass? 69. Schon gut. Schon gut. Alles wird wieder in Ordnung kommen. Obwohl optimal. Warum ist 69 nicht optimal gewesen? 9 Peter vs 2. Tom. 10 juta.